Alles in meinem Leben passiert immer für mich, nie gegen mich. Diesen Satz verstehen wir sofort, wenn alles Friede, Freude, Eierkuchen ist in unserem Leben. Die größten Rückschläge sind die wertvollsten Sprungbretter für eine erfolgreichere Zukunft. Ein Mensch, der den ganzen Tag denkt, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, ich bin nicht gut genug, das kriege ich eh nicht hin, in meinem Leben ist bis jetzt alles gegen mich gelaufen, der erzeugt über diese negativen Gedanken permanent negative Gefühle. Schluss mit dem Alten, ich gehe in was Neues. Die Qualität deiner Gefühle bestimmt dominant deine Lebensqualität. Du wirst, worüber du dominant nachdenkst, alles beginnt mit deinen Gedanken. Wir haben doch nur alle im Schnitt 85 Jahre Lebenszeit. Das ist doch viel zu wenig, um immer in Problemen, Ängsten, Sorgen und Negativität zu denken. Den Sprung ins Erwachsenenbewusstsein machen wir in dem Moment, in dem wir volle Verantwortung übernehmen. Das Thema Lebenssinn begleitet dich ein Leben lang. Um dein Ding zu machen, um selbstbestimmt deinen Weg zu gehen, ist der Sinn wichtiger als das Ziel. Weil Sinn ist eine Energiequelle. Das negativste Gefühl, das ein Mensch empfinden kann und das vor allem dauerhaft tödlich sein kann, ist Sinnlosigkeit. In dem Moment, in dem du einen Sinn hast, das heißt du weißt, warum du in der Früh aufstehst, warum du tust, was du tust, hast du immer Energie. Ich bin ein einzigartiger Teil der Natur und genieße sie jeden Tag. Ich bin ein Glücksbringer, der sich täglich neu erfindet und die Menschen mit seiner liebevollen und verrückten Art inspiriert. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.